Verschwinde endlich. Einhundert bloß? Es ist doch dreitausend. Du musst genau hinsehen, Spinnenhirn. Da stand dreitausend. Für drei Minuten. Und du hast zwei gebraucht. Und deshalb gebe ich dir hundert. Und dafür kannst du dankbar sein. Hören Sie, ich brauch das Geld. Mir ist wohl entgangen, dass das mein Problem ist. Hey, was soll denn dies? Pack die Kohle sofort in den Sack. Mach's schon! Hey! Der hat mein Geld geklaut! Halt ihn auf! Halte dich! Der hat mein Geld! Danke. Was ist denn los mit dir? Du hast ihn gehen lassen. Schneidet ihm den Weg ab und ruft die Bullen! Du hättest den Kerl auseinandernehmen können. Und jetzt haut er mit meiner Knie ab. Mir ist wohl entgangen, dass das mein Problem ist. Das ist, Leute. Entschuldigung. Entschuldigung. Hey! Treten Sie zurück! Treten Sie zurück! Das ist mein Onkel! Was ist passiert? Wagendiebstahl. Er wurde angeschossen. Wir haben den Notarzt gerufen. Er ist unterwegs. Gehen Sie zurück! Onkel Ben? Onkel Ben? Onkel Ben! Onkel Ben! Onkel Ben! Peter! Ich bin hier, Onkel Ben! Peter! Sie haben den Schützen. Fährt Richtung Süden auf der 4. Avenue. Drei Streifenwagen sind dran. Also Leute, helfen Sie uns an die Glanze.